Die Kabine funktionieren trotzdem. Sehr gut. Boah, komm, ich will jetzt Antriebssysteme haben hier. Zack, komm, du auch mit rein. Okay, der ist weg, den kriegen wir nicht mehr. Ich muss schon mal Kupferwaren fertig machen. Gib mir doch einfach alle. Oh, nein. Bleib schön da, bleib da. Irgendwas gemacht. Das ist nicht gut. Okay, soweit haben wir's. Habt ihr heute irgendwas Großartiges gemacht? Oder Konstruktion für die Förderbänder. Ja, wichtig. Sauerstoffbarriere, cool. Oh, ich muss Asteroine extrahieren. Oh mein Gott, echt? Ja, das kann der jetzt... Also muss ich immer mal wieder dran. Naja. Ist ja nichts anderes übrig, ne? Den nehmen wir schon mal. Oh, ich muss jetzt mal wieder dran. Ich würde gerne schon Antriebe bauen. Die Lucke auf hier. So, dann gucken wir mal. Okay, wir brauchen das Labor. Das hier, ne? Ah, boah ist das groß. Oh, es fehlt mir. Eisendraht fehlt mir, okay. Dann müssen wir erstmal den Fabrikator bauen, ne? Wo ist das Scheißding? Oder kann ich Eisendraht so herstellen? Machen wir den mal kurz weg. Gib mir mal den Schrott hier. Oh ja, können wir so herstellen. Nice. Ach guck mal, Eisenplatten können wir auch schon machen. Verbasteln wir mal alles in der Tasche. Oh, ich kann die noch nicht bauen. Johannes, die kommt noch. Jetzt habe ich erstmal die Eisenplatten gefunden. Das ist nämlich ein Material, was wir dafür benötigen. Obst, das war vielleicht einmal zu viel. So. Wo haben wir die denn? Wo kam dann aus? Wo was willkommen? Ja, das war mir klar. Jetzt kommt alles so raus, wie ich es reinpacke. Ähm, müssen wir dann alles gleich schön trennen. Jetzt weiß die Bodenplatte, ne? Wand, okay. Schwarzer Boden. Ach, wir führen da hier das Kabel drüber. Was guckt denn mich immer noch so an hier? Ah ja, machen. Okay. Das reichen wir gar nicht. Nehmen wir ihn. Ich hoffe, das können wir gleich auch irgendwie automatisieren, ne? Danke, Claudia. Ah, die gibt es bestimmt auch noch, also die Splitter. Also was ähnliches erforschen wir gerade. Guck mal hier. Filter, Schieber, Blocker, Verteiler, Fundament, Ecke, unten. Unten. Okay. Aber geht ja ganz gut, ne? Wir müssen es ja nur einmal anvisieren. Ui. Aber dafür brauchen wir das Labor. Wo war es? Da. Jetzt haben wir auch genug Draht dafür. Was ist denn da hinten so rot? Der ist immer wach, ne? Wenn ich was gebaut habe. Der ist immer wach, ne? Gerät zur Umwandlung von Stangen in Platten. Okay, das gibt Ingenieurwissen. Da kriegen wir ihn. Eins. Eins. Gleich mal gucken, wie wir das alles trennen können. Ach, das Eisenerz. Was ist denn? Komm, eine Kupferplatte brauche ich nur, oder Barren. Wer ist die Logistikblöcke? Wichtiger. Komm. Ich muss nur mehr Punkte einfahren. Einfahren. Das Wasser nimmt doch nicht ab. 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 Das Wasser nimmt doch nicht ab.